Musik Hallöchen, meine Käsekätzchen und willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario Color Splash. In der letzten Folge haben wir die Bistroase fertig gemacht und jetzt geht es ab zum Toad Depot und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Und zwar ein Schraubenschlüssel scheinbar. Okay. Den färben wir natürlich ein, ist klar. Ein großer Bohrsprung, ein Maxi-Pilz und Nuwana-Pilz. Wie komme ich denn da dran? Ach so, nicht. Gibt es hier noch irgendwo lang? Nö. Hm, naja gut. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube, ne? Ah, hier ist schon wieder so ein angefressener Toad. Was gibt's? Das hier ist das Toad Depot. Hier arbeiten wir an Lokomotiven und ganzen Zügen. Äh, manchmal. Ich bin hier schon länger Vorarbeiter als du ein Bad hast, doch in letzter Zeit gibt es kaum noch Arbeit. Jetzt denke ich immer häufiger darüber nach, dass ich vielleicht in den Ruhestand gehen sollte nach meinem nächsten Projekt. Nun, dann hoffe ich doch, dass ihr nächstes Projekt eines wird, das allen in Erinnerung bleibt. Nebenbei, sie haben nicht zufällig hier noch nie einen Farbstern gesehen. Ein Farbstern? Ich denke nicht. Außer dieser komische Stern, der nur aus Farbe zu bestehen scheint, ist ein Farbstern. Ja, bitteschön. Nehmt ihn einfach. Ich kann ja doch nichts damit anfangen. Was? Wirklich? Einfach so? Wir müssen uns vorher nicht auf eine lange Reise zu einer einsamen Insel machen oder in ein Loch fallen und aus einem Gefängnis entkommen. Es reicht schon, sie einfach nur zu fragen. So gefallen mir meine Missionen. Das Leben ist schon hart genug, da darf man sich ruhig einfach manchmal etwas einfacher machen. Natürlich ist es auch sehr befriedigend, einen lang schwierigen Auftrag zu erfüllen, von dem es zu viele gibt. Aber in letzter Zeit kam mir der Gedanke, dass es manchmal auch ganz nett ist, wenn alles glatt läuft. Als ob ich die Wahl hätte. Also gut, wir nehmen den Stern. Ja, aber wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Hallo. Mit dir kann ich nicht sprechen? Doch, kann ich. Warte. Jetzt kann ich mit dir bestimmt sprechen. Hallo, Tod. Der Vorarbeiter hat seine Arbeit wirklich gelebt. Wir waren immer stolz auf das, was wir hier geleistet haben. Aber jetzt, da es nichts mehr zu tun gibt, ist er ganz geknickt. Ich bin auch sehr geknickt. Was hat die Ratte hier? Hm, nichts. Okay. Wir gucken uns einfach mal hier um. Wir machen schon mal alles ver... Wie sie alle hier rumsitzen. Zack, 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 zack. Was mit dir? Bitte, sieh dir ruhig alles an. Nicht, dass es noch viel zu sehen gäbe. Hier tut sich sowieso nichts mehr. Ich soll mir alles ansühen. Dann machen wir das. Was ist das hier an der Rohr? Aber ich kann es nicht rollen. Ich kann es bestimmt rollen, aber auch geht nicht. Wo geht es denn hier hin? Hier geht es ja runter. Okay. Also hier kommen wir erstmal nicht... Hm. Oh, ich habe vergessen. Bei dem da anzusprechen. Das machen wir jetzt noch. Aber hier, die Stufe, die sieht also verdächtig aus. Nee. Die sieht nur so aus. Okay. Ich wollte dich jetzt nicht sprechen. Ich wollte den hier sprechen. Den habe ich mir noch nicht gesehen. Ich hoffe so sehr, dass wir beim letzten Auftrag des Vorwärts jetzt noch einmal zeigen können, was dieses Depot drauf hat. Vor allen Dingen, ähm... Müssen die nicht Angst haben wegen ihren Arbeitsplätzen? Würden sie doch verlieren, oder? Nicht. Kann ich hier die Tür aufmachen? Nö. Ja gut, dann nehmen wir mal das... Sternchen mit. So. Mission geschafft. Die kürzeste Mission, die wir hatten. So. So, wo geht's denn hier hin? Pap... Was? Paprika Terry. Was ist das denn? Restaurant, oder wie? Sneak essen. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dün. Ja, mein Peach-Post. Mario, ich weiß nun, warum Bowser die Farbe der Insel Prisma sammelt. Er will vor der gesamten Welt die Macht der schwarzen Farbe unter Beweis stehen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wild sein Blick sein wird, wenn er davon spricht. Und manchmal spricht er für Stunden von nichts anderem. Ich weiß, dass Bowser über die Jahre eine Menge schlimme Dinge getan hat, doch diese schwarze Farbe hat ihn völlig verwandelt. Es ist, als wäre er besessen. Ich fürchte wirklich, dass er etwas Schreckliches anrichten könnte. Mario, bitte komm schnell zu Bowsers Festung. Wenn es uns nicht gelingt, ihn bald aufzuhalten, befürchte ich das Schlimmste für uns alle. Hm, okay. So, der Zug wird hier bestimmt anhalten. Aber die kommen doch da nicht weiter, ne? Eigentlich. Hm. Schon wieder ein Hochhammer. Warum preise viele Hochhämmer? Hm. Oh, hier ist ja noch ein Platz. Was bringt mir das? Achso, bestimmt. Äh, was? Ich wollte eigentlich nur... Okay. Okay, ich wollte eigentlich nur das Fensterding da einfärben, aber... Naja. Feuerblumen nehme ich gerne entgegen. Feuerblumen nehme ich gerne entgegen. Kann ich jetzt hier nochmal runter, oder? Ne, gut. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Guten Tag, Herr Butler. Äh, oder keiner. Entschuldigung. Hast du reserviert? Ich weiß, es sieht so aus, als hätten wir noch Platz, aber wir erwarten eine große Gruppe, die reserviert hat. Sie müsse jeden Moment ankommen. Ich habe gehört, dass die Zug beim Terrakotta-Tempel aufgehalten wurde. Aber was machst du hier? Du schützt deine Base, oder was? Das war köstlich. Das Restaurant ist normalerweise ausgebucht. Ich frage mich, warum es heute Abend so leer ist. Blauer Rettertort Nummer 23 bereits im Einsatz und jetzt zum Rapport bei unserem Anführer im Terrakotta-Tempel. Ich glaube, der hat uns gefehlt. Jetzt müssen wir zum Terrakotta-Tempel. Hopp. Wo ist die Nielen? Kann ich rein? Ich glaube, die Tür ist fest verschlossen. So, ähm. Da geht zur Küche, unser Koffer bringt dort seine Magie. Kann ich nicht rein? Gut, der will uns nicht lassen. Okay. Da gibt es hier eigentlich groß zu tun. Also gehe ich mal davon aus, dass wir zum Terrakotta-Tempel müssen. Na ja, dann gehen wir mal hin. Hier haben wir ja alles. Äh, ja. Da müssen wir hin. Genau, jetzt, äh. Der hat uns nämlich noch gefehlt und wir müssen jetzt einen übelst langen, beschissenen Weg gehen. So. Was ist das denn für? Ach so. Abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, heilzehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, acht, neun, zwanzig. Alle 24 Mitglieder der Blauen Retter Toads sind anwesend und einsatzbereit. Also Toads, ihr wisst, was zu tun ist. Für diesen Moment habt ihr trainiert. Position einnehmen. W-W-W-W-W-W-Die-Ählein. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Mission erfolgreich ausgeführt. Jo, als ob sie so einen fetten Zug halten würden. Wer ist denn das? Steihart, oder was? Ich glaube, der Zug ist kaputt. Meine schöne Lokomotive. Keine Sorge, meine Kleine, wir bringen dich ins Torddepot und dann wird alles wieder gut. Ein Durchsager an alle Passagiere. Ich möchte euch um einen klitzekleinen Gefallen bitten. Da haben wir so lange darauf gewartet, dass die Kleise repariert werden. Und jetzt das? Wir werden alle nicht jünger. Tja, wir kommen hier wohl niemals weg, wenn wir nicht helfen. Gut, sind alle startbereit und los. Moment, ihr wollt doch jetzt mir nicht sagen, dass die jetzt diesen Zug anschieben. Alter, das ist kein Auto von 3,5 Tonnen Zug. Wie viel wiegt denn ein Kack-Zug mit Waggons? Bestimmt 40, 50 Tonnen. Den könnt ihr nicht einfach so schieben. Jo, die sind mal plötzlich zu heil geworden. Was ist mit dem Karton hier? Kann ich die kaputt machen? Und die stellen jetzt ihre Base hier leben lang jetzt da, oder was? Was ist denn der Stern gelandet? Hier. Wo geht er hin? Achso, dass wir eine Abkürzung haben. Terrakotta-Tempel? Toad-Depot. Da müssen wir jetzt wieder hin. Ne, steht ja jetzt jemand. Ich habe einen Zug gesehen. Also eigentlich wird er gerade repariert, aber es ist bestimmt immer noch ein Zug. Was soll er denn sonst sein? Ein Auto. So. Bin ich froh, dich zu sehen, Mario. Du wirst niemals raten, was passiert ist. Wir haben einen Auftrag gehalten. Ein Auftrag, eine Lokomotive muss repariert werden. Ich könnte mir kein besseres, letztes Projekt vorstellen. Aber jetzt lasse diese Tunichtgute hier Dampf ab und so viel Dampf brauche ich nicht meine Dampflok. Höchste Eisenbahn, Mario. Hilf mir, diese Drittbettfahrer loszuwehren. Mario, dieser Tod, hat uns einfach so einen Farbstern gegeben. Das Mindeste, was wir tun können, ist, ihm mit seinen Dampfproblemen zu helfen. Alle Teile wurden bereits repariert oder neu angefertigt. Jetzt musst du dich nur noch darum kümmern, dass alles wieder dorthin kommt, wo es hingehört. Das ist wirklich schwierig, wenn man gleichzeitig in Kämpfenfahrwehr geht wird, aber schließlich bist du ja Mario. Wenn du wissen willst, wie es vorangeht, kannst du gern seit jeder Zeit herkommen und fragen. Der hat auch einen schlechten Tage. Das darf ja wohl jetzt nicht wahr sein. Auf ihrer letzten Fahrt lässt uns die Lokomotive im Stich. Und wenn man sieht, was hier im Depot gerade los ist. Im einzigen Ort, an dem man sie reparieren könnte. Dieser Zug ist einfach vom Pech verfolgt. Ich frage mich, ob er jemals wieder fahren wird. Ach, das packst du schon. Alles gut. Was ist das hier für ein... Kann ich den? Nein, ich bleibe... Den mit dem Hammer. So, den haben wir. So, ach so, das sollten wir ja machen. Wer hätte das gedacht, ein Diagramm des Zuges. Super, dieses Diagramm kannst du mit dem richtigen Zug abgleichen. Gut, okay. Brauche ich ja momentan nicht. Kann ich die Fuzzis jetzt auch so wegknallen, oder? Wenn ich mich treffe. Ich treffe nicht. Bin ich so blind? Ich treffe die nicht. What? Ich treffe die nicht. Du kannst dich nur um Stunden handeln. Jetzt so. Endlich sind die ganzen Nervensegen weg und ich kann wieder arbeiten. Ja. Ach so. Komm ich hier rein? Ups. Nein, ich muss noch mehr von diesen. He 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 he. Toll. Ich habe keine rote Farbe. Wie soll ich denn die jetzt besiegen? Die kriege ich doch nur damit down, oder nicht? Euer Ernst? Ich kann keine Blumen mehr einsetzen. Die haben mir zu viel Farbe abgesaugt. He. Das ist super. Kann ich die... Die kann ich auch nicht einfärben. Mann. Färb das weg. Geh mal zurück. Ich brauche das Farbrad. Anders geht's nicht. Kartenrad. Kartenrad, bitte. Hammer brauche ich nicht. Wie soll ich denn die besiegen? Mit dem Hammer kriege ich's nicht hin. Kann ich flüchten erst mal? Ja, ich kann flüchten. Ich brauche erst mal Farbe. Erst dann kann ich die besiegen. Glück. Komm, geh weg. Ich brauche Farbe, Mensch. Ich brauche erst mal Farbe. Ohne rote Farbe kriege ich das nicht hin. Kriege ich hier irgendwas raus? Ausgepresst irgendwo. Nö. Hier gibt's so Grün. Das bringt mir aber nichts. Tja. Dann muss ich doch nochmal zurück zur Weltkarte. So, die Farbe ist fertig. Achso, okay. Die respawnen, äh, die respawnen, oder? Aber... Das frage ich mich auch. Ich hab die nicht bekämpft, weil... Komm, geh hier jetzt, du blödes Fuzzy-Ding. So. So. Du komisch. Mann. So. Ich streng mich so, äh, so mir an den Wasserkessel zu besiegen. Ähm. Was geht da drin bloß vor sich? Ich glaub, da hat jemand ein kleinen Ratter, äh, ein kleines Rattenproblem. So. Aber bei denen weiß ich ja, was zu tun ist. Ich hoffe, ich bin niemand. Ist doch blöd. Ich nehm mir mal ein zufälligerweise mit. Gut, okay. Das waren Kratterräche drin. Ah. I-git-i-git-i-git. Nein, keine Sorge. Mir geht's gut. Danke, dass du mich... Äh. I-git-i-git-i-git. Wenn ich an Dino denke, wird mir schon übel. Reden wir nicht mehr davon. Ja, ja. Geht gleich los. Ich will bloß mal hier schnell hin. Und da ist sogar ein Speicherpunkt. Ui. Und die Fuzzis gehen weg. Was sagt Kessel angebracht? Es müssen immer noch fünf Dinge erledigt werden. Los. Sonst ist der Zug abgefahren. Der Wasser... Ich komm hier nicht weg. Irgendwie gehe ich halt hier lang. Was muss denn noch gemacht werden? Fünf Dinge müssen gemacht werden. Kann ich... Weg mit dir. So. Wie komm ich denn am besten da dran? Das Knatterrichtchen-Fie ist ja auch wieder. So. Oder Knatterricht so heißt. Oder Katterricht. Wie heißen die denn? Keine Ahnung. Aber hier ist das Tor jedenfalls. So. Das haben wir weg. So. Mal mit dir. In diesem Tender befindet sich die Kohle, die den Zug anträgt. Ich hab versucht, ihn von der Hand zu ziehen. Aber er bewegt sich einfach nicht. Vielleicht sollte ich ihn lieber schieben, anstatt zu ziehen. Hm. Ich glaube nicht, dass ich ihn mit bloßen Händen bewegen kann. Hm. Aber vielleicht kriegen wir das mit dieser... Wie heißen die Dinger nochmal? Ach. Ich hab keine Ahnung. Aber wie kommen wir da hin? Das ist so die zweite Frage. Deni. Da kommen wir ja nicht so einfach hin. Hm. Und hier? Kommen wir hier hoch? Nö. Oder? Nee. Wie kommt es doch nicht hoch? Wir müssen bestimmt über das Dach... Ach. Hier geht es ja rein. Irgendwie machen wir hier rein. Okay. Okay. Oh, hier. Ein Megafon. Wofür wir es brauchen, weiß ich nicht. Aber ist ja egal. Aber erstmal ausquetschen. Wundersames Gerät, das geflüstert in Geschrei und Geschrei wiederum in akustische Naturereignisse verwandelt. So nennt man das also. Ist hier was drin? Ein Froschanzug. Ein Ninji. Da 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 da. Hm. Gut, nochmal. Hm. So. 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 Eine Ninji-Karte? So, hier war ja schon was Und hier ist noch eine Pickelhaube drin, okay So, haha, ein Wort mit nix, das war wohl nichts Was haben wir denn hier noch? Und ein Hochhammer, oder zwei Wo geht's denn hier lang? Ich glaube, hier geht's da raus, ne Und da geht's da drüben raus bestimmt Sag ich doch Geh mir aus dem Weg Oh, warte mal, hier ist ein Speicher Speicherpunkt Wenn ich 50 von dagegen hüpfe Oh, ich glaube, der sieht ein bisschen Ach, jetzt gibt's die schon im 5er-Pack, oder was? Ey, 6er-Pack, ich kann doch nicht mal zählen So, ich hab' ich doch so gut wie alles da So, einmal gucken Und noch ein Hämmerschen So Da wollen wir mal gucken Ich hab' mir meine ganze rote Farbe abgesaugt, der Drecksack So Vielleicht nicht mehr So So, ich klopf jetzt mal auf dich Wie ein dicker Schinken So So Achso So Jetzt können wir Vielen Dank für die Rettung Nebenbei, ich soll hier den Kran bedienen Aber heute ist mein erster Tag Und ich Ich hab' keine Ahnung, was ich da tue Ich mag den Chef nicht fragen Kannst du mir helfen? Moment Der kann den Kran nicht bedienen Also Ich geh' mal davon aus, dass er da hin soll Sieht gut aus Gut gemacht Das Führhaus ist perfekt positioniert Kran hochziehen Nur mit Amateuren zusammenarbeiten Perfekt Perfekt Wir sind echte Profis Danke für die Unterstützung So Folge von Paper Mario Color Splash Ich sag' jetzt erst mal Ciao, ciao Bis zur nächsten Folge Bis zur nächsten Folge